Bitteschön! Sehen die auch schon? Ja, rein schon alles! Ich habe den Lied noch aufgenommen. So! Wir sind am Tag mit Havis. Quack mit Havis sind wieder da. Ich muss mir die Weiß vorstellen. Ich bin super auf. Da haben sie ja gestern schon vor dem Takt. Nein. Warte mal, ich muss mich da jetzt erst wieder an das spielen. Achso. Ich habe irgendwo im Internet gesehen, dass die Leute teilweise die Putten abgefahren haben, und das ist ein Kaffee-Havis-Havis. Ja, das geht ja. Was? Der schießt... Der schießt... Der schießt... Das darf ich auch. Fack, der tut sich! Der kommt! Der schießt noch! Er stirbt doch nicht, oder was? Nein, er stirbt überall. Er stirbt egal, was der drängt. Hau, hau, hau! Was heißt, you're out? Ich bin auch noch einmal. Achso. Hat der jetzt geschossen? Der schießt nicht mit dem Ofen. Nein, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich weiß nicht so. Ja, der hat frisst, aber er lebt noch. Schießt noch! Er lebt noch! Weil er... Schau, jetzt hat er ja auch einen Schuh überlebt. Der hat gleich nicht mehr lebt, ja. Was ist jetzt? Du triffst dich nicht mehr. Irgendwo ist einer. Ja! Ja! Samurai! Nicht auf den Kopf! Scheiß auf den Kopf! Ich muss schon berechnen! Ah! Jetzt greifst du Spaß! Nein! Das war von vorne! Nein! Der hat ja besser gehabt! Wie leid sind denn da? Ja, genug! Achso, fack! Rechts! Was ist denn das? Was ist denn da? Der Autoholschläger? Achso, fack! Der lebt noch, ne? Das ist so. Oh! Aber durch die... Du schießt! Der Scheiß ist immer, die Zeit muss vergehen, während du nachladenst. Und wie laden sie denn halt nach? Mit der Zeit landet automatisch nach. Aber es muss Zeit vergehen, damit du nachladenst. Halt! 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 Den habe ich! Der Nind wird gewesen! Der war sonst zuerst, dass du offen hast. Nein, der war einfach... Der da war das. Okay, weißt du den einmal. Ich muss eh mit... Nein, der hat ein bisschen gewählt, den anderen hat noch messen. Fuck! Ohohohoh! Fuck! Der hat hinter dir eine Waffe gehabt! Ja, warte mal! Genau! Ah, der war nix, der war nix, der war nix! Doch, ich habe noch offen! Aber die haben die vier, warten sie eh sofort! Sind das so gute Viecher? Sind das so gute Viecher? Ja, du... 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 Ah, der hat geschossen! Ja, der hat geschossen! Easy game, easy game, easy game! Da kommt der Mr. Samurai! Fuck, warte mal! Der Honk hat einen Kartana! Oh, oh, ich habe geschossen! Oh, oh, ich habe geschossen! Wo hast du den da getroffen? Durch die Leidtour, so wie der Olaf Meister! Der hat die Schrot! Holy! Der hat den schossen! Ha, 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 ha! Nein, wir haben den schossen! Du hast den seinen Kartana hingemacht! Das ist da... Wo? Oh, der ist der Schrot! Nach links! Nach links, Junge! Na! Na! Was hat er? Du, du, Junge! Oh, oh, er fucked up so hart! Okay, okay, gib mir die Schrot! Gib mir die Schrot! Und jetzt sind die schon! Oh, 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 oh! Nächsten Rutsch! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Warte, ich muss nachladen! Okay, okay! Geschlechtig! Super! Hot! Oh, der war in die Kanabe! Oh! Super! Hot! Puh! Das war schweig! Super! Hot! Super! Hot! Super! Hot! Super! Hot! Oh! 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 Das war aber fies, Alter! Okay! Easy, easy, easy! Warte, Mann! Kommt sicher hinter dir wird! Ja, warte, ich muss das dann, glaube ich, ein bisschen umstellen, weil ich... Der hat ja zirkt, der Laster. Ja, dann steigt das mehr aus. Aha. Aber ich muss da, glaube ich, dann einmal die Masse-Sensitivität umstellen. Sehr gut, und jetzt holt er die Kraft. Alter, geil! Geil! Mein Block! Was schießt du denn da hin? Ich bin beim Touchpad angekommen. Oh, da kommen wir uns! Wutz, Wutz, Wutz! Nein, warte, schießt automatisch noch einmal. Spray and Pray, Jun. Ja, warte, aber der schießt automatisch nicht nur einmal, sondern dreimal, glaube ich. Nein, 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 nach links, Hans! Nein! Hoch! Aber der schießt automatisch nämlich nicht nur einmal, sondern dreimal, glaube ich. Ach so, hätte der geklappt? Ja, wenn du einmal aufs Schießen trugst, dann schießt er dreimal. Was ist jetzt? Ich hab Angst. Ist das noch nicht klar, dass du noch einmal? Doch. Das war ja voll leicht. Diesmal leicht, ja. Okay. Okay. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Jawohl! Das wird super für ihn zu tun. Jetzt kommt der Slenderman. Aber Slenderman. Also du musst wieder selber schreiben. Nein, das ist gleich. Jetzt wisst ihr, wie es mir nennen sollst, oder? Ja, voll. Fast. Also ich weiß nicht, ob ich drauf denke. Ich schreibe schnell. Look at me. Look at me. Look at me now. Wie ist das? Wie ist das? Wenn du unendlich viel offen, unendlich lang, unendlich viel Schreibmaschinen gesessen und schreibst irgendwann Shakespeare? Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, so hieß das, wenn der Hans... Jemand schaffen wir's. Jemand schaffen's. Jemand schaffen's. Nein, ich glaube jeder so gemeint hat, dass ich oft bin. Nein. Nein. Das ist, wenn's irgendwas einhaut. Seriously? Dann sag's. Ich weiß, Leute, das ist so gekürzt, oder? So was? So was? Du hast du nicht mitgelesen? Nein, eigentlich hast du das. Ja, nein. Aber das ist ziemlich scheißegal, oder? Wenn man nicht schreiben würde, man schreibt eben D. Ich find das so geil gemacht, das Menü und so. Das ist immer geil. Super. Das hat alles wie ein altes Meier aus, oder sowas. Ja, voll. Das darf man eigentlich. Und das Licht am Ende des Tunnels siehst du auch schon. Ja, was heißt das? Jetzt geht's wieder ab, Alter. Jetzt wird's wieder Superhot. Superhot. Ich denk doch die ganze Zeit an das Lüben-Lüben hat das. Es ist supergeil, supergeil. Wie hieß? Du musst den Passwort eingehen. Nein, oder? Das war einfach. Du musst den Passwort nicht eingehen. Ja, DS, DS, DS. Aber wo bist du der Hacker, Alter? Ich bin der Hacker-Man. Ich bin nicht umsonst auf der Tür. Oh, shit. Jetzt wird's superhot. Ah, das Level habe ich im Internet einmal gesehen. Okay. Das ist wirklich superhot. Ich glaub, da geht's ziemlich hoch, ja. Nein, da geht's zu hoch. Ich hab mir doch gleich mit dem Glosch, oder sowas. Ich bin der Best. Ey! The fuck. Bist du teppert? Ich glaub, ich spiele gar nicht Horror-Spieler. Ich spiele gar nicht Horror-Spieler. Ich spiele gar nicht Horror-Spieler. Das ist superhot. Ich spiele der System. Ja, da haben wir's schon. Da sind's. Oh! Die sind superhot am Auto getappt. Das ist wie wenn's den VOB in so ein Gebiet kommt, wo ich Level 75 oder so bin. Ja, was ja. Der ist 60. Mal kurz rein, ey. So dass du nicht in der Arco-Rain. So will das nicht gehen, Alter. Ja. Hast du Fäuste? Ja, ich kann er schlagen, aber da muss er in der Nähe sein. Aber der hat einen Schrott, der... Ja, der Bait, der war am Säck. Ja, der kommt eh schon. Der kann Kartana, oder? Der kann Kartana. Nein, der hat... So, die haben einen Schrott am Pfosten. Oh, oh! Shit! Ja, das war aber so klar. Snaps! Ja, easy. Und Fett. Boah. Ich bin so super. Nur einer. Ich bin der mit seine Fest. Aber die Schrott dauert viel lang zum Nachlauber. Ja, aber die sind so scheiße. No, Emo! Halt! Die sind so Doppeläufig, ey. Oh, die müssen schlafen! Warte. Oh, oh, oh. Die schießen die alle nicht auf dich. Wieso schießen die alle nicht auf dich? Oh, schlafen. Achso, die schießt dreimal. Die schießt dreimal, ja. Oh! Ja. Aber der ist ja nur einer gekommen, oder? Ich glaube, der ist... Nein, das waren zwei, oder? Nein, das waren zwei. Nein, das waren zwei. Okay, Leute. Fuck, den Triff ja nie. Sicher, wir kommen. Nein, das war eine Zeit, oder? Dann schieß dich mal auf dich. Ja, wie schießt du denn, oder? Ja, schießt dreimal, oder? Ja, schießt dreimal, oder? Das machst du ja wieder? Was war denn alles? Ey, das ist, weil ich so super hot bin, dass ich so super hot bin, dass ich so super hot bin. Ja, das war schon mal, wenn ich so super hot bin. Ja, das kriegst du mir mal schwer, oder? Ja, das kriegst du mir mal schwer, oder? Ja. Geil. Geil. So, wenn er findet. Oh, süßen. Was ist da ja? Im Atem? Das ist Sölöl. Ja. Nein, aber wenn es super hot kommt, das ist ein Dribbel, oder? Das ist inzwischen. Ach so, okay. Jetzt muss ich schon wieder mit dem Peter schneiden. Komm, jetzt schreibe ich an der. Ich bin so... Schreibe ich an der Schreiber, oder? Das ist gelb. Das wärmt man auf der Züge. Ja. Jetzt werden sie beim Mandelmeyer in der dritten. In der Informatik. Im Team-Top. Im Team-Top. Im Team-Top. Im Team-Top. Im Team-Top. Nicht zu vergessen, der Accu-Draw. Wie? Der Accu-Draw. Das war irgendwie so ein Programm in so einem 3D-Zeck. Ach so. Was? Scheiße! Mannelmeyer. Mannelmeyer wird uns schon erzählen, wie wichtig der Accu-Draw ist. Was? Ja, dann waren wir noch mehr. Mannelmeyer. Was ist denn? Mit dem Schreiber da eigentlich? Mit dem Peter. Ja, das wissen wir ja. Ach so, der Peter. Aber ich glaub, der ist super hoch. Wie das Wurst geht der Peter, oder? Ja. Das war zumindest das, was der Peter sonst immer will, sonst. Wir müssen uns für die Story, wie wir schießen. Ich glaub, der ist ja, das wisst uns höher. Ich glaub auch nicht. Ich glaub, der ist ja das Tutorial geschafft. Das ist das Tutorial geschafft? Nein. Das ist ja der Schnee. Dass sich der Scheiß da ändert, ne? Also, dass die, wo ab? Keep moving! Keep moving! Keep walking! Geh einfach weiter! Da ist ein scheiß Tier, du sprach! Das ist dich bewegen! Ich beweg' mir jedenfalls zuerst! Ja, was ist denn? Das ist ziemlich karrieristisch, wie da reicht genau das, was... Ja, Pufflauf! Ja, voll, das ist gut! Wir sind auch in einer scheiß Zöne eingesperrt! Wir sind in einer Skinnerbox oder so wahrscheinlich! Oh, fuck! Ich fackt ab! Was soll ich jetzt? Ich muss sich durchnehmen! Die Puppies... Die kann man nicht konditionieren, oder? Nein! Oh, genau! Ich meine, was haben sie denn da? Ey, was kommt denn da? Die haben Verarschens da! Überall hat sie gefallen! Oh, jetzt hab ich auch! Die konditionieren, das ist alles im drittenen! Und Verankes konditionieren! Und die, was, 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 was... Ich hab' mir recht! Und das, was... Kein Flieger! Wie hab' ich auf die Laufschau-einputzen! Ich hab' mir gefallen! Ich hab zwei Filme, das war schon lustig. Wunderschön. Die Kiste ist alles dahin gegangen, oder? Ja, so. Eigentlich schau das auch. Oh ja, mit dir. Was? Was? Das gibt's ja nicht, Alter. So, jetzt darfst du den Glocken schießen. Aber nach dem Himmel, sonst hat der... Ja, boah, ich weiß das schon nicht. Hahaha! Der Oda sagt mich, was für ein Schirrungsfall hast du nicht spürt. Das gehört so, oder? Nein, das gehört so, ja, ja. Jetzt glaube ich schon, dass das gehört. Verkrankt wieder alles. Der ist blöd. Und offen? Nein! Die scheiß Klosche. Schein. Doch, das ist ja schon. Schwanger, aber... Aber das wird weniger. Warum drehen wir auf die Ecke? Ist er da? Da kommt schon einer. Ja, der kommt schon einer. Schau mal. Der rennt noch viel links. Der rennt zu und wärm. Der rennt zu und wärm. Sieh ganz genau, bis der Glocken schmeißt. Der geht jetzt. Strong medicine. Oh, lag. Wie ist denn jetzt? Der schmeißt gleich wieder der Glocken, sonst hast du ein Problem. Passt, passt, passt. Das der immer zu dir hier fliegt, was er fliegt hat. Er hat zuerst in der anderen Zürich den Wahnsinn, in der anderen Segestand. Der ist blöd. Schau, der holt sich die Hände vor. Oh! Oh, der Hund trifft ihn nicht! Ja, komm. Wahrscheinlich ist der blöd. Oh! Oh, ein Knopf. Oh, wie leicht. Weicht. Oh, nein. Wie leicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Auf links ziehen. Oh, ja, nein. Tschüss. Du kannst ihn nicht. Zieh ganz links und schmeiß den Kopf. Oh, die haben das Schild! Oh, ja, wieder in. Enden ruf. Oh, jetzt weiß ich mal. Oh, es hat einen Zahn. Oh, nein. Das erste mit dem Dalter. Eine sehr leicht, wirklich, echt. Guck. Oh! So geil. Er hat ein Glück gehabt. Das heißt Glück? Das ist wirklich Skill. Schauen wir mal, wie gehst du hier? Friendly feiern wir uns gerne vor uns gehen. Also ich würde schießen. Schießen oder schießen? Inside. Chop. Super. Und... Katana! Jawoll! Komm, mit dem musst du das gleich noch spielen. Leggerne. Leggerne. Drückgerne. BAM! Oh, der ist die Kostner. Der ist ja toll. Ich- Der ist ja toll. Der ist ja toll. Ich- Der ist ja toll. Das ist praktisch. Ja, okay. Der war ganz gar nicht mehr. Der ist nicht so gut. Sonst möchte ich mehr so spielen. Mhm. Der war sicher der eine Aus. Der war nicht so super. Die sind- die geilen, blöde. Das ist ja weiße. Ich kann nicht mehr. Kannst du nicht hupfen oder du hupen? Nein, ich kann hupfen? Ja, genau. Wo? Die Herren kommen! Die Herren kommen! Die Herren kommen! Das ist nur noch. Nein! Ja, die haben dann durch den Tisch das hart gerannt. Oh! Die Sonne! NEO! 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 Tschüss! Nein, der hat er gekippt worden. Ich habe einen Zollskissen. Oh, 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 oh! Ja, da hat die Sache impotent, oder? Was, was der Ashley Smith jetzt zum Ausdrückte ist? Mr. Anderson! Nein, doch! Mr. Anderson! Sie haben jetzt verschissen, Mr. Anderson! Fuck! Das ist der Klinge ihres Todes! Das ist der Klinge ihres Todes! Das ist der Klinge ihres Todes! Ja! Ja! Das ist der Klinge-Grund-Fühl, muss ich sehen. Das kommt der Klinge wieder stark. Mr. Anderson! Das ist der Klinge! Ja! Ja! Das ist der Klinge! Das ist der Klinge! Ja! Das hat mir gesagt, nur ein Mensch! Genau! Ja! Ja! Dramatikistan! Ja! 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 Nein! Das kippt du! Das ist so schlecht! Na! Eure Brüder! Er hat ihm an der Schulter-Effel! Dann muss ich mir gleich gleich warten, ich schmerzen! Das ist wieder kurz zu... Der hat sich gleich einen Schlüsselbein vom Kopf von der Schleswig-Holste! So, warte einmal! Da hat man hier einmal fast Schleswig-Holste! So, von da unten kommt einer und von da drüben kommt auch irgendwo einer Der unten ist ein fette Krochen gewesen! Ja, Krochen war Wahnsinn! Nach rechts! Das ist schon wieder so typisch nach rechts! Jetzt ziehst du es nach links! Ja, ist ja nicht so schwer! Ja, weiß ich nicht! Ich muss das erst mal schon 10 Mal schreien! Weiter links! Weißt du, wieso wurscht? Tschüss, Alter! Alter, du hast so viel geliebt! Ah! Die werden mit der Schraut erwischt! Wo war denn der Schwarz? Von links! Links ist eine Wand gewesen! Ja, die hat es gerade gewissen! Nein, die Wand hat es gerade gewissen! Was? Irgend so was! Oh! Die Fäuste! Wer werden? Alter, mein Schrank ist abgeworfen! Tut es schon die ganze Zeit! Da gehören wir drei Schläge oder so! Alter, komm! Alter, der ist noch nicht mehr bei der Scheißkiste angekommen! Der rennt noch! Ja, Alter! Willst du es jetzt bei der Wand abholen? Schau! Ja, was tust du denn da noch? Ich habe mir gedacht, wie zeige ich das? Ja, aber die müssen uns nicht zeigen, wie es geht! Zeig uns, wie es nicht geht! Zeig uns, wie es nicht geht, Hans! Zeig uns, wie es nicht geht, Hans! Zeig uns, wie es nicht geht! Die Art! Aber du bist ja so eine Lache! Dann kommt der Hans um sich, ich zeig uns, ich zeig uns, ich weiß nicht, 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 dete prize es denn wirklich! Ja! Hab ich nicht! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Du kannst es nicht ausfüllen, Oh, voll. Ah, rechts, nach rechts, nach rechts. Was war? Der hat's zerschossen. Den Schuss geblockt, das ist auch was wert. Aber da kann's... Warum reinkst du nicht zu Waffen? Da kann man... Oh, oh, oh! Okay, der war glück. Mr. Anderson! Mr. Anderson? Der war glück. Nicht nach rechts, äh, nicht nach links. Einer hat. Der hätte waffen, warte! Ja. Warte, bist du hin? Bist du teppert? Der Hund macht doch auch Sprim-Prior. Ja. Und auf den Distanz wieder Sprim-Prior. Rechts, nach rechts, bitte. Ja! Super. Ah! 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 Die Wiederholung. Du hast das Traum wieder zerrissen. Ich hab's Waffen zerrissen, oder? Ja, der ist stark, ja. Es? Ja, das ist ein bisschen komisch, oder?